Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege. Wir werden jetzt gewinnen. Huhu. Noch gelangweilter geht's nicht, Curry, ne? Was soll das? Ey, ich bin voll motiviert, Alter. Mach mal nochmal Curry, komm. Ja, mach das mal motiviert. Der Curry hat vor der Aufnahme nämlich gesagt, dieses Scheißspiel von Ubisoft spiel ich nicht mehr. Ja, ich spiel lieber The Division, ne? Nein, ich spiel nur noch Trackmania. Ja, auf jeden Fall. Ich hab auch gerade ein Trackmania T-Shirt an. Echt? Nein, Mann. Ach so. Boah. Echt? Aber Curry, hast du eigentlich mal Trials gespielt, dieses mit dem Motorrad oder Fahrrad? Trials, ja, ja. Aber Trackmania ist geiler. Ja? Ja. Ja, Leute. Also, Rainbow Six. Wir werden heute ge... Hä? Wer hat da denn die Korken geöffnet, Alter? Ja, letzte Runde war auf jeden Fall supergeil. Ich glaube, wir haben eine Runde bisher gewonnen, die Rest verloren, ne? Nein. Aber macht nichts, denn heute, das haben wir ja eh als extra gemacht, denn heute geht's richtig los, Freunde. Wir haben eine Feuer unterm Arsch. Wer ist denn? Oh, jetzt muss ich jetzt mal gewinnen, Alter. Padre! Oh, ne? Ja. Okay, Leute, das ist doch unsere Lieblingskarte. Kommt. Lass uns mal ein bisschen hier zusammen Hand in Hand greifen, wie so ne Kette, weißt du? Ne, 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 also. Das Problem ist, ich bin früher immer so anders gewesen, ich hab immer sehr, sehr lange nachts aufgenommen und wir haben jetzt knapp 10 Uhr oder sowas. Bin so müde einfach. Ja, aber weißt du, was das ist? Das ist Motivation, Alter. Ne, das ist das Alter, das stimmt. Ne, Mutti, das Ding ist, wenn du mit der Räumadecke hier schon sitzen. Ne, Mutti, das Ding ist, wenn du mit der Räumadecke, mit der Räumadecke, wenn du einen guten Rhythmus drin hast. Ja, wir sind alle hier hochgefahren worden. Hab ich nicht. Der Tobi hat echt einen krassen Rhythmus, ey. Du gehst ja in die zwei Steine immer nur. Ja, ist echt so, weißt du, der steht, liegt sich hin, steht wieder auf. Echt so was? 4 Stunden ist das 6, wo ich immer schlafe. Wenn man gar nicht schlafen müsste, hätte man so viel mehr sein. 4 Stunden ist viel gesünder schlafen. Direkt unter der Deutschlandpfahne, das ist schön. Man braucht schon seine 8 Stunden, so wie ich. Ach, da war es los, Bester. Schon seine seitens 16 Stunden wie Ben. Bitte was? Ich arbeite wie die beste Seite der Welt. Ich glaube, echt mal einen Tag, da hab ich komplett fast durchgeschlafen. Boah. Hatte ich auch mal tatsächlich, einmal. Jo, nice, Dennis, das ist geil. Geht schon los, Bronzer, pass auf. Soll ich's nicht machen für euch? Doch, doch, doch. Robi, sollen wir uns mal hier gegenseitig beschützen? Bronzer hat einen gekillt. Ja, ey. Du deine Kluschüsse. Ja, geil. Was meinst du? Du deine Kluschüsse. Ja, geil. Hier, hier, Dennis. Hier, Dennis. Ich kann ja wenigstens scheißen. Am Fenster, Leute, hier. Eine Frage. Was denn Mode spielen wir gerade? Äh, hier. Der Bereich sichern. Verteidigen. Dreh ich hin. Sichern. Guck mal hier, Dennis. Deutschland. Hä? Die Flagge ist voll falsch. Was ist das denn für ein Fail? Hä? Guck mal, Germany. Hä? Hilfe, Hilfe. Hier ist einer. Die ist falsch rum. Ne, der, der, der Schwarze ist in der Mitte. Hä? Der Dennis. Ein geiles Loch. Was? Hä? Also hier. Geiles Loch. Wir sind zwei alleine, du sagst euch das nicht. Ja, guck mal hier. Irgendein Bär an der Wand. Könnt ihr euch bitte mal hier, ne? Wo ist die Flagge? Oh, toll, jetzt ist Ben tot. Oh Leute, danke. Wo war das? Direkt im Raum. Ja. Echt? Ja. Wie direkt im? Fuse. Ah, Fuse bei uns. What the fuck? Ich hab dich gehör. Scheiße. Tobi, die sind alleine auf uns. Mach doch nicht. Guck mal. Geiler Scheiß, Mann. Warte. Mach, 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 bevor die kommen. Danke. Da oben ist ne Klappe, Dennis. Tapety mach. Tobi, guck mal hier so. Brauchen wir hier komplett zu. Alter. Okay, da ist einer in meine Matte gerannt. Curry, pass auf, hier ist direkt einer. Deine Matte. Okay, Tobi. Äh, Dennis. Da ist direkt einer, Curry. Okay. Der hat den, glaub ich, verletzt, oder? Hast du den Gang? Hey Leute, ganz, ganz ruhig, es sind nur noch fünf. Ne, vier. Hier ist einer, Curry. Ach, der ist, ach ja, der ist tot. Der einer ist aber noch im Fenster, Patrick. Ne, hier ist keiner im Fenster. Ja. Doch. Aber der liegt da, kann das? Wo? Da ist einer, Patrick, genau da. Der Wichser. Boah. Ach so, der schießt. Oh, Patrick, Alter. Komm, Leute, holt euch das Ding links im Fenster. Ah. Ja, Mann. Nur noch zwei. So, wie kommen wir, igeln uns hier ein. Komm auf, Dennis. Sauber, ey. Die erste Granate kommt aber verloren. Ja, ich hab ja den Kloschlüssel, der ich tue die dann da rein. Kommt, Leute. Ja, ja, Dennis, ja. A10, aber nur wieso. Weil du, weil du Schalldämpfer. Ich sind dann noch einer, Tobi, am Fenster? Ja, einer ist am Fenster gewesen. Bis jetzt sehe ich keine. Doch, jetzt sehe ich genau, Mann. Nice, Tobi. Jetzt noch ein. Du musst hier sein, oder? Ja, ja, ja. Bleib da, das ist eine gute Position, Dennis. Nein, das war nur... Ne, das sind nur Fliegen. Okay, okay. Durch die Wand gesprengt. Da ist er. Ja, Mann, Tobi, ey. Nice, Tobi. Tobi hat die Fleischwurst rausgeholt, ey. Das war die Fleischwurst, die gerade gegessen hat, Mann. Oh Gott. Die Fleischwurst. Das ist so, wie so ein Sprit in den Motor, weißt du. Nein, sehr, 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 sehr. Der Kohlrieben ist in meinem Knattermann, Tobi, immer. Dann wollen wir doch mal los. Heißt doch, äh, Kohlrieben, oder nicht? Ne, was macht's doch mal. Kahlrieben, Alter, meinst du? Kahlrieben. Der Kohlrieben, hör mal. Der Kohlrieben. Der Kohlrieben. Der gute alte Kohlrieben. Ey, Ben, 20 Euro Auto. Okay. Lecker, schmecker! Hä? Hä? Ja, wenn du, wo swanst du? Ein Kohlriebe. Ich swan am Haupttor, Patrick. Am Haupttor. Ja, ja, nice. Kannst du gerne mitkommen, wenn du willst. Ah, das bohr ich doch mal. Aber kannst du auch nicht. Tobi? Ja. Ich stehe wieder seine, seine... Hä, wie viele Fleischwürstchen hat der denn jetzt da? Ah. Weißt du, der hat so eine ganze Fleischwurstkette, weißt du. Da wird immer so eine kleine Mini-Winni-Wurst nachgereicht, weißt du. Ja. Hä? Weißt du, wir haben mal eine Runde gewonnen und reingesorgen. Nein, nein, komm, weiter geht's. Jo, der Hase ist wieder am Start. Kasten mal einen jetzt, komm. Jo, du hast ja dein Zimmer umgestellt, ne? Warum steht dein Kiff? Alter! Warum steht dein Kiff? Was ist denn hier los? Dein Schreibtisch? Äh, weil, ne, ich hab jetzt mehr Platz im Zimmer. Aber kann ich mir die Hase voll fristen? Sag das, wenn Schoko-Crossi ist. Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist der Grund. Könntest du mal den Bündner anladen, der ist ja gerne genutzt. Tschüss! Scheiße. Ja, nice, Leute, wir haben schon rausgefunden. Wir haben schon, ne, lass mal jetzt hier, komm. Lass mal jetzt gewinnen. Hallo, ich seh euch! 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 Guck mal, wie er da auf die Ärsche guckt. Ich seh euch! Ich seh euch! Seid er zum Startlaut des Bio-Gefahrwurter. Okay. Dann ist es hängen geblieben. Ich hab die Drohne an der besten Saison. Ich seh euch! Ja, ich hab einen Sprung in der Platte. Ja. Okay. So, Leute. Ich mach mal, ey. Mach mal, ey. Ich spring jetzt mal von allen Seiten. Nein, guck mal hier, Patrick. Guck mal da. Spreng mal das Tor auf. Ja, genau. Nein, springen wir auch hier. Wir können auch überall. Okay, ich spring überall. Geht das? Ja, das geht. Okay, Patrick. Gib it. Gib ihm. Dennis, ich würd dann... Ja. Tobi. Oh, da ist, äh... Gut. Ja, unten in die Coolerlade da. Ja, unten rein da, genau. Genau. Dreck filmen wir mal markieren. Und... drin. Bam! Nee, doch nicht. Die haben so dreckend voll dumm. Die haben so dreckend voll dumm. Die haben so dreckend voll dumm. Sorry, das war meine Schuld. Die haben so einen Scheiß abgasystem. Ah, die haben einen Pfäfen. Ja, Mann. Hinten ist die Tür auf, hinten ist die Tür auf. Jo, danke, danke Dennis. Oh, das ging aber. Das ging. Warte mal. Da steht an einer ne Tür. Ja, jetzt geht's. Okay, Leute, wirklich spreng. Jo, mach mal. Mach mal. So weit links jetzt. Pass auf. Okay, okay. Ach, das war dumm. Gomm, hey, du Boomskopf. Oben ist schon mal einer. Oben ist schon mal einer. Ich seh nix. Fick-Feder. Wo denn? Okay, ich hab meine Drohne noch. Warte mal, ich kann mal markieren, aber... Der liegt oben, direkt an diesem einen Ding. Hey, wo sind die denn alle? Das sind fünf Loch... Ah, da oben. Okay, ich hab ihn gesehen. Der ist oben, Ronze. Da oben. Warte, lass mich hinter dich. Ich halte nach, auf eure Däckung. Was sagt der Benz ja auch? Da oben, ey. Da, der guckt da am Schild vorbei. Ja, da ist er. Da kann ich die nicht durchschießen, oder? Ja, aber der guckt manchmal links vorbei. Nein, nein, von außen. Von außen. Von außen. Oh fuck, okay. Scheiße. Nicht mit... Der ist wieder reingerannt. Was für'n Hoden, ey. Alter, die Läden. Äh, es leben echt noch fünf Leute, ey. Ja. Ja, das war nicht so gut. Nice. Eigentlich hätte man gut anreifen können. Alter. Na, sie kommt von außen. Toll, Alter. Lol. Geil. Der holt ihr jetzt bestimmt gleich. Die fickt dich doch, Alter. Hier will die Kier beleben. Pass auf. Nice. Nice, Gubi. Nice. Okay. Okay. Wo ist er los? Hier ist. Dennis, hörst du die Hunde? Klar. Dein Vater wird ja unterwegs hier in Rainbow Six, oder was? Ne, 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 ne. Du hast den Hunde schon. Hunde Stempel. Oh, da oben auch. Ich hab keine einzigen Hund, weiß. Und Tobi hat gleich zwei. Ja, nice, Bronzeln, nice. 2 gegen 3, komm. Okay, da oben sind zwei, da oben sind zwei, glaube ich. Leute, ruhig. Oben sind zwei. Alter, sind das drei? Drei da oben? Drei da oben? Drei da oben? Drei da oben? In welcher Ecke sind die denn? In allen. Einer ist auch hier unten. Oh, fuck. Okay, jetzt wollen sie mich holen, ne? Ciao, Kai. In die Ecke. Hallo. Yay, Freunde. Hey, guck mal, ich kann markieren. Warte mal, aber ich seh die grad noch nicht. Ey, wo will der denn hin, alter? Ich hab doch weiß er selbst noch nicht. Kannst noch blenden? Ja. Hallo. 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 Hol dir den, alter. Komm. 30 Sekunden. Oh Mann, ist der dumm. 15 Sekunden. Go, Kari. Nein, von hinten. Nice, nice. Hättest du den nicht übereinigt haben müssen, den vor dir? Ja, ich hab den nicht so gut getroffen. Kann nur nicht sein, ey. Ich hab ein bisschen verzogen. Wer sitzt? Scheiße, Mann. Ja, das hätten wir locker winket, ne? Krass, ey. Auf jeden Fall locker. 1-1, ist doch alles drin. Ey, es ist doch noch nichts gegessen. Bar, 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 bar. Hä? Achso. Hä? Was ist denn jetzt los? Achso, achso. Ach, die Bar. Ey, da mach ich den Tanker. Der Body ist gerade außer Betrieb. Der hat einen Hänger jetzt, ey. Muss mal einen neuen reinführen. 10 Uhr ist immer leer. Okay, Bar. Baba. 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 Tobias, Tobias. Ah, nee. Hä? 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 Hä, Leute. Jetzt ist Action. Hä? Wie rock'n das jetzt, Karme? Hä? Richtig AfD-Wähler, ey. Das wissen ja viele gar nicht, dass der Ben ein richtiger AfD-Wähler ist. Echt, Ben? Propagandamachine. Der ist auch gebürtiger Sachse. So wie Jörg oder was? Tschöne Wüste an den Jörg übrigens. Jörg, Jörg! Jörg, Jörg! Ey, yo! Paz! Paz! Da kommt eine! Carreewurst! Sehr gut! Ja, ich hab alle Kameras. Eiskalt versenkt. Eiskalt versenkt. Die können hier überall durchsprengen. Das ist kein Witz. PZ Aber weißt du, was ich mach, ey? Ich stell jetzt mein Geschütz hier rein. Geht das? Mann! Haben die die Bombe gefunden, ja? So. Hier muss ich mein Geschütz reinstellen. So. Kann ich hier? Ja, das ist echt der beschissenste Raum ever. Was willst du machen? Wir haben keine Wahl. Also, ich kann hier trainieren. Ich hab ne Handelbank hier. Okay, Patrick, das ist gut, ey. Du kannst da oben mal bleiben. Wir sind in Hannover, wa? Sind wir in Hannover? Sind wir in Hannover, oder was, ey? Bisschen umstellen, glaub ich. Wir sind im Club, mann. Das kann ja nicht mehr sein, oder? Wo war das? Okay, bei uns bei dir, oder was ist das Fenster, meinst du? Ja, da oben, das Fenster, ey. Was hat der denn für Probleme mit der... Okay. Okay, hier auch. Ey, was ist das denn für ne Stimme, Alter? Iggy spielt auch mit der Wahl. Ich bereite eine Sprengung vor. Sind wir bei mir hier? Ja, hier auch. Mein Glied sprengt sich gleich selbst in die Luft. Ich bin leise zu dir. Huuuuh. Patrick. Mein Schatz. Ich hab' eine Musik. Nur wenn der Curry morgens aufsteht, dann wedelt der mit dem Hintern immer. Hier ist ein Sniper drin, auf jeden Fall. Wo? Bei dir da, rechts, oder? Ja, hier hat einer grad geschossen. Oh, Kacke. Ja, am Fenster, am Fenster, Ben. Ich habe die Feinde in den Weg. Wir haben hier den Smoke reingemacht. Oh, ich hab' ihn getroffen, Mann. Der ist nicht tot. Roffelkopter, Mann. Hier ist ne Drohne. Hab' ich. Oh, hier sind auch welche Tobi, ne? Guck mal, jetzt kommst du von hinten runter. Ach, fick deine Mutter, Alter, ganz ehrlich. Oh, da kann ich nicht von hinten kommen. Du sollst das noch nicht sagen. Ja. Hast du recht. Der sieht das wenigstens ein. Ach, fick nicht noch! Fick doch, Leute, ich hab' dir gesicht. Okay, scheiße. Oben auf der Treppe, Ben. Oben auf der Treppe, Ben. Wie ein Headshot-Cape hat da umzufallen, Mann. Nice, Sponsor. Komm zurück, komm zurück. Nice, 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 nice. Ich bin fast down, ey, kacke. Ich guck mal, die Kameras durch, Junge. Vielleicht kann ich ja irgendwie helfen. Nein! Jetzt hab' ich schon... Die Tür da, wo ich stand. Ey, ich hab' einmal nicht hingeguckt, weißt du? Ey, Kameras zeigen nix. Zuplex City, Ben. Seht ihr jetzt unten bei euch? Links da, genau, links. Sniper und Buck. Sniper und Buck. Nein! Oh, krass. 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 Was ist das jetzt? Du musst auch rein! Ja, ich weiß, ich weiß. Stirn sie heute, ja, hallo. Ja, was soll ich denn tun? Das bringt doch nichts. No, hallo, hallo, hallo. Patrick, das hättste holen müssen, ey. Ja, natürlich. Der Curry ist synchronisiert damit, ey. Okay, das war eine Runde... Ja, du hättest ja eh nix machen können. Ich fand's schon enttäuschend, jetzt. Ich hab' jetzt überlebt ein bisschen länger. ich hoffe patrick jetzt jetzt haben wir spaß auf personen hätte mal richtig gas gehen müssen wir machen jetzt kommen jetzt bei headshots verteilen wir haben jetzt richtig spaß kommt doch dass die wir fisten man ja ich glaube die sind jetzt auch in der bar das weißt du schon seit 100 jahren ok nice nice der bronzer ist im gayclub die lebendige dildo weil der 1 zu 2 kommen jetzt hier eben auf die stirn hauen kann sich aber anleiten auf game romeo die jahre hä was game romeo was ist denn game romeo weißt du er sagt das so als willst du jemanden kennen, jeder kennen alter ich hab so nen kumpel der hat mir das mal erzählt jaaa was ist denn game romeo benek, nenn aber ach so, alles klar, für katzen oder was aber alle so probierbilder von den ersten seiten ich muss ganz ehrlich sagen, also aus der geschichte kommt es nicht mehr raus die sind ganz oben, ganz oben aber wo bin ich denn jetzt hier gelandet Leute, hey, das war das offizielle outing von ben ganz oben, ok, ganz oben kannst du ein interview noch haben? ne, wir hätten das zielo nicht mal gefunden ganz oben wo ist denn das hier überhaupt? ich hab nix, welches haus müssen wir denn, ach so, da ganz oben wir sind doch nicht in Hamburg hier guck mal, guck mal, Patrick, wie sie da ankommen ja, moin jetzt kommen sie wieder angekrochen hier, ne? Leute, ganz oben ja, ok, jetzt gar nicht warte, noch nicht die Türen aufmachen konzentration doch, jetzt 3, 2, 1, go ey, nein, noch nix, noch nix lass aufmachen, komm nix, nein jetzt bin ich drin, bin drin, habs, habs, habs konzentration bitte, äh, Granate reinwerfen oh, ich kann mal hier, komm mal rein ey, bist du behindert? das ist doch einfacher, alter ey, der muss alles kaputt machen, ey oh fuck, Alter äh, mein, naturell weg da, Tobi wir haben ne Granate, geht immer weg nein, ich bin blind ich bin blind ich hab einen angehittet ich hab einen angehittet ich hab einen angehittet ach so, hier ist alles zu Andrea Bucelli, Mann hier, kannst du auch machen, Patrick, guck mal hier Kamera hab ich drin ha, sick him rechts Tobi ja, geil hat er sich da gegenüber positioniert, ey was für ein Spastensohn Leute, ich bring mal hier, ne passt auf, links, Patrick, kommt gleich einer ja, der ist genau da alter nein, Dennis, pass auf, da steht ah oh mein Gott, Gott hat einfach, da tut er noch ne Luke tschüch, alter tschüch Gott hat einfach noch ne Luke Körni, Mann, du hast nur 1 HP jetzt, hol mir da nur 1 ja der Flut steil mal durch, ne ich hab auch immer noch mal selbst bei Dallabackbar und so nice oh man, ey wow da ist ne Falle, da ist ne Falle, Dreck ich weiß, ich weiß, ich weiß fick dich doch, wo ist die scheiß Kamera, Alter Patrick, gönnt sich jetzt mal da ist ne das noch einer aktiviert yo Patrick, nice Patrick, das war mega okay, da ist einer bei mir der hat mich von dabei fallen für die Kamera, der ist im Treppenhaus Patrick, Alter der ist im Treppenhaus der ist im Treppenhaus der ist im Treppenhaus der ist im Treppenhaus der kommt von hinten der kommt von hinten die Falle der kommt vor dir, Patrick der Gang mach die Falle kaputt schieß auf die Falle Eigentlich müsstest du jetzt zur anderen Seite laufen, oder? Wo du gesprengt hast. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nee, die sind nicht draußen, oder? Das willst du sehen. Ja eben. Überdeil sie? Ja. Da über dir, kann das sein? Äh, äh, das wird der sehen. Alter! Hä? Was war der denn? Der hätte durchs Loch kommen sollen, Alter. Das wäre doch echt besser gewesen, so. Hättest du durchs Loch kommen sollen, dann mach. Och Leute, ey. Ey, jetzt lacht ihr wegen sowas? Mann. Tobi, innerlich, also musst du jetzt gerade das lachen. Ja, nein. Tobi, ich kann nicht. Und wieder eins zu drei, ey, das gibt's nicht. Nein, 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 nein. Curry, ey. Das kann doch nicht sein. Schlechtstenspirit von Curry, Alter. Auf jeden Fall. Schon wieder die Bar, ey? Schon wieder die Bar, Alter? Nee. Ich hab Garage genommen, ey. Lass mal Garage nehmen. Sehr gut, Tobi. Ja, die Konzentration ist heute einfach frutsch, Mann. Hä? Ist nicht angelisch, heute. Ich bist konzentriert wie noch nie, Mann. Ja. Nein. Das Chakra ist nicht gerade. Hä? Und der Jank ist nicht im Anklang, Mann. Chakra? Chakra, ja klar. Chakra? Was? Tachanka? Was ist das Chakra, hä? Okay, ich geh mal die Leiter hoch, ne? Ach, die scheiß Garage ist das. Ey, das sind schon wieder die scheiß Dinger, Alter. Ich geh dann schon wieder her, Alter. Ich geh dann schon wieder her, Alter. Ich geh dann schon wieder her, Alter. Ich mein's nicht. Westen, Westen. Warum nimm ich ja ich selber keine? Das weißt nur der Westen. Ja, das ist ein bisschen traurig, Patrick, ne? Ja. Okay, Garagentore safen. Jetzt oder nie. Jetzt geh ich auch mal hoch, da. Jetzt, komm, come back, komm. Come back? Come back. Come back. Hey, hier oben kann ja keiner hin, ne? Das ist voll krass. Well back. Hier oben kann niemand hin, Mann. Ne, echt nicht. Außer da. Ja, Curry. Der mach ich zu, ey. Der mach ich auch noch zu, Tobi. Das ist geil, oder? High-Five, oder was? Oh, nice. Aktionsphase. Hammer. Du Pleasure-Modus. Hallo, Leute. Ja, wir sind doch noch hier bei dir, Patrick. Ja, die sind alle oben. Okay, da ist ne Treppe, Patrick, ne? Kann ich mal nicht selbst die Beine schießen, wenn ich so da lege? Ja, auf jeden Fall. Ne, geht nicht. Low. Okay, die schießen hier rein, ne? Dennis. Wollen wir mal machen. Yo, das fängt jetzt. Von wo? Von wo? Hier, unter mir. Hier. Hallo. Soll ich auch noch so'n Granatenabbeding dahin legen? Dung, dung, dung. Wo? Was? Bei Garagentor, beim Garagentor sind auch Schritte. Ja, die werden jetzt überall mit Shermets. Jo. Ja. Garagentor. Ich hab das, ich hab das safe, alles gut. Ich hab die genau gesehen, Mann, mit deinem Knie. Boah, du Drecksack. Wo denn? Alter. Der guckt da oben durch so'n kleines Loch. Komm. Ben oder ne? Komm Leute, wir holen die Runde. Zeig dich, du kleine Nutte. Oh, wo war das? Der platziert grad' unter mir. Garagentor. Das Zweite? Ja, wahrscheinlich. Loll! What the fuck? Oh, da ist ein Tor, Alter. Hä? Oha. Der hat so, da ist so'n Luftschacht-Tor, da hat der durchgeschossen. Hey, Curry, Mann, bleib mal locker. Konzentration, Jungs. Komm, 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 komm. Boah, ich würd so gern' Dennis abschießen, ey. Mhm. Ich wechsle das Magazin. Mach mal. Ja, klar, Alter, Mann. Okay, da haben sie gespringt. Ben wieder allein unterwegs. Ich war rechts oben, Mann. Wer war das? Perfekt. Ich bin auch tot. Oh, fuck. Die haben natürlich genau die Wandhebel gesprungen. Der ist krack, ey. Oh, bei uns, Curry. Oh, bei uns, Curry. Was? Ja, komm. Lutsch, mein Eier. Hö, der ist genau durch. Der liegt unten am Regal. Yo, Alter, der schießt einfach durch das Ding, Alter. Ich kann den nicht weg. Hilfe. Ja, wow. Super, ey. Das war der schlimmste Raum. Ich will nie wieder diesen Raum spielen. Ich will den nie wieder spielen. Ja, das war's, ne? Ja, das war's, hey. Hey, vierte Runde in Folge verloren, geil. Wir sind ja richtig... Ganz ehrlich, aber wir zeichnen uns doch dadurch aus, dass wir das trotzdem senden. Ich find das gut. Jaja. Andere würden das rausschneiden. Guck mal, hier. Geile Runde, Alter. Ja, ich find das jetzt nicht schlimm. Geile Runde. Ich bin Level35, für mich war's ne geile Runde. Tschüss.